Ja, Shalom, ich bin Noah, ich bin 14 Jahre alt, wohne in Kreuzberg, gehe in die Kurzwetterschule, in die 10. Klasse. Ich bin bei Planet Drum seit zwei Jahren, glaube ich. Ja, ungefähr zwei Jahre und bei Mirko. Also der Unterricht bei Mirko ist ziemlich cool und entspannt und es ist halt viel Praxis, also wir machen viele Songs, aber halt auch Technik und so und ja, es macht Spaß. Ich spiele Schlagzeug in einer Band, in dieser Band seit über drei Jahren, Rad Jesus, also Raten Jesus. Wir haben jetzt auch diesen Sommer auf ein paar Festivals gespielt und so Auftritte in Berlin und so Clubs oder so. Jetzt Anfang dieses Jahr oder Ende dieses Jahr nehmen wir auch ein Album auf und ja, das ist ziemlich cool und wir freuen uns total darüber. Ich höre verschiedene Sachen, so Elektro auch, auch Lady Gaga, liebe ich, aber eigentlich, was ich eigentlich, mein Lieblingsgenre ist Metal Poor, so Sachen wie Viagra's Murder, Caliban, Whitechapel, aber auch so Sachen wie Slipknot, ich liebe Slipknot. Ähm, voila, die Kriege. Seit ich in der 16. Klasse war, bin ich auch schon aufgetreten in meiner Schule und seitdem einfach immer wieder mit verschiedenen Bands und jetzt mit der Band, die ich habe, auch jetzt schon länger und das wollen wir auch so beibehalten. Ich spiele den Song, Absolut Zero von Stone Sao, weil es war eine Zeit lang mein Lieblingsband. Ich liebe Corey Taylor über alles und der Song ist einfach geil und es macht Spaß zu spielen. Ja, Schwierigkeiten sind halt entweder so ein paar Parts, die so ein bisschen verzwickt sind so, aber sonst ist er einfach, der Song hat einfach einen geilen, coolen Groove und eine coole Melodie, die einfach Spaß macht. Also es ist auf jeden Fall anders hin zu spielen vor Publikum, also ich bin auf jeden Fall viel aufgeregter. Im Proberaum habe ich den ja auch noch auf Kopfhörern den Song und höre ihn dann und dann beim Publikum ist auf jeden Fall was anderes. Es ist auf jeden Fall geiler zu spielen. Letztes Jahr war es auch schon total cool und ich freue mich einfach total auf die Party.